Wir brauchen Essen. Gehen Sie ins Dorf! Ich will, dass Sie recht hören, ja? Das Dorf Tröbelz ist ein Lager für die Verbündeten und andere ausländische Bürger, die durch die Rote Armee gefreit worden sind. Diese Leute aus dem Zug, die sind alle krank. Das geht nicht. Das hier ist unser Haus. Mein Mann ist Mut. Ich habe nur ein guter Bett. Ein Sniper. Ein Neuer Soldaten. Ein Neuer Soldaten. Ein Neuer Soldaten. 600, 700 Kilometer. Quarantin. Wir wollen nach Hause, verstehst du das? Berlin, da ist mein Vater und alles ist vorbei. Alles ist schon vorbei und Berlin ist kaputt. Ihr lukt, ihr lukt doch alle! Bist du? Dannedet ihr zu mir? Ich habe dich raus. Bitte für dich. Wenn du dich da bist, ist es dir ausge... Du bist vor allem. Hitler ist nichts gut. Stalin ist nichts gut. Es geht. Untertitelung des ZDF, 2020